Sitzt du oder stehst du beim Saxophonspielen? Und welches Instrument spielst du eigentlich? Wenn du zwischen den Positionen und den Instrumenten wechselst, dann weißt du, dass es sich jedes Mal komplett anders anfühlt. In diesem Video zeige ich dir, worauf du bei jedem Saxophon im Sitzen und im Stehen achten musst. Warum ist es überhaupt wichtig, richtig zu sitzen oder zu stehen? Der Saxophonklang entsteht in deinem Körper. Der richtige Stand bzw. die richtige Sitzposition ist also die Grundlage, das Fundament für deinen persönlichen Saxophonklang. Hier habe ich die vier gängigsten Saxophonmodelle. Sopran, Alt, Tenor und Baritonsaxophon. Sie alle haben ihre Eigenheiten, ihre Besonderheiten für das Sitzen und Stehen und die solltest du wissen. In einem früheren Video habe ich die vier Vorbereitungsschritte für die ideale Körperhaltung am Saxophon erklärt. Ich verlinke das Video noch einmal hier oben. Diese vier Schritte sind vor den Blasen notwendig, damit der Saxophonklang so aus dem Instrument herauskommt, wie du es dir vorstellst. Sie gelten für jedes Saxophon und sind immer gleich. Das sind stabiler Stand, aufrechter Stand, Erstkontakt mit den Fingern, Zweitkontakt mit den oberen Schneidezähnen, den Lippen bzw. Ansatz. Wie sieht das nun im Stehen mit dem Alt-Saxophon aus? Das Alt-Saxophon hängt am Halsgurt und mit dem Knie, das ist diese untere Kurve hier am Instrument, lehnt es gegen deine rechte Hüfte. Das Saxophon ist also vor dem Körper leicht schräg. Das sind schon mal zwei der vier Berührungspunkte mit deinem Körper. Die anderen beiden wären die Finger, wie du den Ton greifst und die Schneidezähne und Lippen, wie du das Mundstück im Mund nimmst. Du stehst schulterbreit mit deinen Füßen, die Fußsohlen sind komplett belastet, die Knie sind weich und das Becken ruht auf den Beinen. Das ist der stabile Stand. Von hier aus richtest du dich auf, dein Brustbein geht hoch, die Schultern rollen zurück, die Schulterblätter gehen nach unten und zur Wirbelsäule hin. Das ist der aufrechte Stand. Jetzt musst du womöglich den Halsgurt noch einmal nachjustieren, damit das Mundstück auf deine Unterlippe zeigt und nicht etwa tief verhängt und du deinen Kopf nach vorne strecken müsstest. Gegebenenfalls drehe auch noch einmal das Mundstück, damit dein Kopf genau gerade bleibt und nicht etwa in den meisten Fällen nach links kippt. Vielleicht fühlt sich das sogar komisch an, wenn du wirklich gerade ausschaust. Ich würde das vor dem Spiegel machen, denn manchmal erzählen mir Schülerinnen und Schüler, oh, ich muss ja meinen Kopf nach rechts lehnen, wenn er gerade ist. Wenn ein Saxophon so eingestellt ist, kommt der Erstkontakt, du greifst deinen ersten Ton und schließlich der Zweitkontakt, du legst die Zähne auf dem Mundstück ab und bist spielbereit. Das Tenorsaxophon ist deutlich länger als das Altsaxophon. Deshalb hängt es je nach Körpergröße womöglich seitlich an der Hüfte. Dabei muss die Hand etwas ausweichen nach hinten und der Druck auf den Daumen könnte steigen. Das möchte ich aber vermeiden. Ich möchte den Unterarm so entspannt wie möglich lassen, damit die Finger sich virtuos bewegen können. Ich möchte mich auch im Oberkörper nicht so stark verdrehen müssen. Deshalb mache ich das aus der Schulter heraus. Ich nehme meinen ganzen Arm zurück aus der Schulter und dadurch kann ich den rechten Daumen an das Saxophon anlehnen. Ich muss da keinen Druck ausüben. Jetzt kippt das Tenorsaxophon aber ganz leicht nach links. Da muss ich doch etwas Druck ausüben, um es aufzurichten. Damit es möglichst wenig aus dem Daumen heraus geschieht, denn hier gilt das Gleiche. Ich möchte die Hand möglichst entspannt lassen, damit die Finger sich frei bewegen können, mache ich das auch aus der Schulter. Ich schiebe aus der Schulter das Saxophon nach vorne und achte darauf, dass ich nicht nach oben ausweiche mit der Schulter. Beim Zweitkontakt bleibt der Kopf natürlich auch gerade und ich passe das Mundstück entsprechend an. Das Bariton ist noch größer und schwerer als das Tenorsaxophon. Das merkst du vor allem am Hals, wenn du einen Halsgurt trägst. Da macht es auch mal Sinn, darüber nachzudenken, ob du nicht eine andere Tragevorrichtung wählen möchtest. Zum Beispiel einen Schultergurt oder einen Hüftgurt, so wie ich einen trage, dann ist der Hals komplett entlastet. Das Saxophon ist länger und deswegen musst du in der rechten Schulter noch etwas weiter zurückgehen mit dem Oberarm, ohne den Oberkörper zu verdrehen. Der rechte Daumen ist dadurch entlastet. Da brauche ich keinen Druck auf das Saxophon ausüben. Allerdings mit der linken Schulter muss ich das Saxophon etwas weiter nach vorne drücken als das Tenorsaxophon. Und dabei achte ich darauf, dass ich mit der Schulter nicht nach oben ausweiche, sondern dass ich die Schulter tief nehme und aus der Tiefe heraus das Saxophon nach vorne schiebe. Und dann habe ich auch den Effekt, dass meine Grundgelenke, meine Fingergrundgelenke parallel zum Saxophon sind und sich die Finger gut bewegen lassen. Jetzt muss ich noch das Mundstück einstellen, damit mein Kopf gerade bleibt. Eine wirklich besondere Aufmerksamkeit braucht das Sopransaxophon. Davon gibt es auch eine gebogene Variante, die trägst du dann gerade vor deinem Körper. Du achtest dabei aber auf die Schultern, dass die unten bleiben, denn die Oberarme müssen etwas weiter nach oben kommen, denn das Saxophon ist ja kürzer als zum Beispiel das Altsaxophon. Ich spiele die Gerade-Version. Dabei ist der stabile und der aufrechte Stand genau gleich wie bei allen anderen Saxophonen. Während jedoch zum Beispiel bei der Klarinette das Mundstück eher flach an der Unterlippe anliegt, zeigt das Sopransaxophon recht steil auf deinen Mund. Das heißt, du musst deinen Becher deutlich höher anheben und dann spürst du das Gewicht vom Saxophon. Hier gilt es, das Gewicht auf alle drei Berührungspunkte gleichermaßen zu verteilen. Und die sind obere Schneidezähne, linker Daumen und rechter Daumen. Der linke Daumen ist wie ein Scharnier, auf dem das Saxophon aufliegt und kippen kann. Die oberen Schneidezähne drücken nach unten und der rechte Daumen drückt nach oben. Und dann ist das Sopransaxophon ausbalanciert. Übe das folgendermaßen, am besten während deines Einspielprogramms. Du hast das Saxophon im Mund, jedoch hast du die rechte Hand vom Saxophon genommen. Du trägst es also nur mit dem linken Daumen und den Schneidezähnen. Jetzt legst du den rechten Daumen am Saxophon an und erhöhst ganz allmählich den Druck. Du spürst wie im linken Daumen und den oberen Schneidezähnen, wie da der Druck nachlässt. Du erhöhst den Druck so langsam und so lange, bis du merkst, jetzt sind alle drei Berührungspunkte, obere Schneidezähne, linker Daumen und rechter Daumen, gleichermaßen belastet. Dann ist das Gewicht vom Saxophon ausbalanciert. Ich trage beim Sopransaxophon auch den Halsgurt. Nicht damit das Gewicht erleichtert wird, denn da hängt kein Gewicht dran, sondern damit das Mundstück nicht aus dem Mund rausrutscht. Die Verbindung, obere Schneidezähne im Mundstück, die muss stabil sein und da darf auch nichts wackeln. Und noch ein Tipp zum Tragen des Sopransaxophons. Nimm die Ellbogen etwas enger, dann stützt du das Sopransaxophon mehr von unten. Wenn du die Ellbogen so auseinander nimmst, dann sind die Daumen deutlich stärker belastet. Also Ellbogen etwas enger und das Saxophon ist leichter zu tragen. Dann kommen wir auch gleich zur Bewegung mit dem Saxophon. Denn manchmal möchtest du dich ja bewegen und gerade mit den anderen drei Saxophon-Typen, die eher gegen die Hüfte hängen, damit der rechte Daumen entlastet ist, wie bewege ich jetzt das Saxophon? Wie gebe ich zum Beispiel den Einsatz, dass ich das Saxophon anheben kann und wieder zurücknehmen kann? Ja, da kommt etwas Druck auf den rechten Daumen, aber vor allem mache ich diese Bewegung aus der rechten Schulter heraus. Ich schiebe das Saxophon nach vorne, hebe den Becher dadurch an. Und jetzt der entscheidende Tipp dabei ist, ich mache im Hals mit. Denn die Verbindung Mundstück, obere Schneidezähne, die darf sich überhaupt nicht verändern. Da wackelt nichts, die ist stabil. Da wird auch nicht der Winkel vom Kopf zum Mundstück verändert. Der bleibt gleich und deswegen ist Halsgelenk und rechtes Schultergelenk komplett koordiniert. Es schaut dann so aus. Beim Sopransaxophon geht natürlich die linke Schulter auch mit. Da mache ich die Bewegung aus beiden Schultern heraus. Was verändert sich nun im Sitzen? Den stabilen Stand, den gibt es da ja nicht. Doch es gibt auch Vorteile. Du kannst zum Beispiel deine Atemstütze spüren. Wie das? Ich setze mich auf die vordere Kante der Stuhlplatte. Die Füße sind komplett auf dem Boden. Die Knie im 90-Grad-Winkel. Mein linkes Bein zeigt in Spielrichtung Richtung Notenständer. Das rechte Bein, der rechte Fuß ist etwas abgewinkelt. Das Saxophon trage ich nämlich zwischen den Beinen und wenn ich die zusammennehmen würde, dann blockiert rechts und an der Seite und hinten die Klappe. Da kommt dann keine Luft so richtig durch und dann springt der Ton nicht an. Deswegen ist das Bein etwas abgewinkelt. Wie stark ich das abwinkele, hängt auch davon ab, wie groß ich bin. Denn wenn ich etwas kleiner bin, dann kann es sein, dass der Unterarm auf dem Bein aufliegt und ich nicht so gut an die Klappen komme. Da brauche ich mehr Platz und winkele das Bein noch ein bisschen stärker ab. Ich sitze auf den Sitzhöckern und von da aus richte ich mich auf. In die aufrechte Position. Ich habe dabei sogar das Gefühl, als ob ich das Saxophon aus dem Brustbein heraus trage. Und wenn ich jetzt einatme, dann spüre ich den Druck der Stuhlplatte. Ich spüre, wie die Stuhlplatte gegen meinen Körper drückt, beziehungsweise das ist mein Beckenboden, der auf die Stuhlplatte drückt. Und das ist die Atemstütze. Ich kann also im Sitzen bewusst meine Atemstütze trainieren. Zum Beispiel, indem ich versuche, während dem Blasen ständig den Druck der Stuhlplatte zu spüren. Doch das Thema Atemstütze, das ist so groß, das füllt noch einige weitere Videos. Das Tenorsaxophon hängt an meiner rechten Hüfte. Daher sind beide Füße und Beine parallel. Die Knie sind auch hier im 90 Grad Winkel. Ich richte mich von meinen Sitzbeinhöckern her auf und habe auch hier das Gefühl, als ob ich das Tenorsaxophon aus dem Brustbein, aus dem Oberkörper heraus trage. Damit ich im Oberkörper gerade bleiben kann, muss ich meinen Oberarm etwas weiter zurücknehmen. Das mache ich aus der rechten Schulter heraus. Ich richte auch den S-Bogen und das Mundstück entsprechend ein, damit mein Kopf wirklich gerade bleibt. Bei Tenoren Baritonsaxophon ist die Versuchung groß, dass du sie auf dem rechten Bein ablegst. Aber jetzt schau mal an, mein Oberkörper ist dann auf keinen Fall mehr aufrecht. Deshalb gilt auch hier, du richtest dich auf und hast das Gefühl, als ob du dein Baritonsaxophon aus dem Oberkörper mit dem Brustbein trägst. Und dann wird das Baritonsaxophon plötzlich ganz leicht. Jetzt musst du auch mit der linken Hand, weil es nicht mehr so stark kippt, kaum Druck ausüben. Du kannst den linken Daumen an die Daumenplatte anlegen. Beim rechten Daumen musst du die Schulter etwas weiter zurücknehmen, den Oberarm etwas mehr hochnehmen, damit du gut drankommst und dein rechter Daumen entspannt bleiben kannst. Weil hier brauchst du auch nicht viel drücken. Jetzt richtest du noch deinen S-Bogen und dein Mundstück ein und dann ist auch dein Kopf gerade. Die Sitzhaltung beim Sopran ist ähnlich wie beim Bariton oder Tenorsaxophon. Die Füße und Beine sind parallel, der Oberkörper aufgerichtet. Tatsächlich musst du gar nicht immer auf der Stuhlkante vorne sitzen. Es kann sogar manchmal ganz angenehm sein, wenn du die Stuhllehne spürst und sie dir signalisiert, dass du aufgerichtet bist. Nur anlehnen solltest du dich nicht unbedingt, denn dann wird der Oberkörper bequem und schlaff. Und es ist doch hilfreich, wenn du das Instrument aus dem Oberkörper heraustragen kannst. Dann fühlt es sich leichter an. Ich sitze schon lieber vorne an der Stuhlkante, denn dann kann ich auch auf die Fußsohlen mehr Druck ausüben und habe da einen besseren Kontakt. Der hilft mir, mich besser aufzurichten. Die Saxophone sind im Vergleich zu anderen Holzblasinstrumenten recht schwer. Deshalb kann ich dir jetzt auch nicht wünschen, dass du eine entspannte Haltung einnehmen kannst. Du brauchst sogar Kraft, um das Saxophon zu tragen. Du weißt aber jetzt, wie du das Gewicht des Saxophons verteilen kannst, sodass du es leichter tragen kannst. Und du weißt, dass es entscheidend ist, dass du die Daumen entlastest, damit sich deine Finger virtuos bewegen können und dass du aufrecht stehst bzw. aufrecht sitzt, damit du deinem Klang einen großen Resonanzraum in deinem Oberkörper zur Verfügung stellen kannst. Probiere das mit deinem Instrument aus. Ich wünsche dir mehr und mehr Leichtigkeit in deinem Spiel.